Na, meine Lieben, da bin ich wieder. Na, seit ihr schon nicht von diesem Episode 9 weitergeht? Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern gucken jetzt rein. Und natürlich wieder die altbegehrte Werbung. Na, was sagt der Bericht? Letztes Mal sind wir stehen geblieben, ob der vergiftet ist oder nicht, die Peen. Die Daniela wieder. Die kommt zum unpassendsten Moment. Sag's ihr nicht. Sie war das bestimmt. Mal gucken, wer das war. Und Ronald über Yanga da. Ja, danke. Ist er besoffen? Sieht so aus. Nee, das ist nicht Johanna. Hm, soll man mit dem Sprechen oder seinem Verhalten beobachten? Ich würde sagen, wir gucken uns mal sein Verhalten an. Mal gucken. Er sagt genau das Richtige. Oh Mann, ist er einversüchtig. Ich werde es keinem wissen, aber es werden wir nicht erfahren. Ronaldo und Thiago. Ich meine Trausio. Sollen wir in die Wald sagen? Ich würde sagen, ich würde sagen, ja. Mal gucken, wie das endet. Was ist denn da wieder? Hm. Gucken wir mal was anderes an. Leider nicht genug Diamanten. Das letzte wird auch nicht reichen. Aber gucken wir trotzdem an, wie das aussehen würde. Egal, wir nehmen das. Mal gucken, wie das aussehen würde. Mal gucken, wie das aussehen würde. Wir flirten. Mal gucken. Ja, wir gehen jetzt mal aus, was wir mal gucken. Oh Mann, es tut mir echt leid. Ja, wir reden überhaupt nur noch mal gucken. Oh Mann, es tut mir echt leid. Oh Mann, es tut mir leid. Oh Mann, es tut mir leid. Oh Mann. Oh Mann. Bis morgen dann, meine Lieben. Tschüss. 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 Tschüss.